Hallo aus Auckland! Ich bin heute auf dem Mount Eden und zwar ist das ein schlafender Vulkan. Hier gibt es mehrere davon. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind einige und ich werde bestimmt noch ein paar besuchen, weil das echt ganz nice ist hier mit dem riesen Krater im Hintergrund. Es ist echt ganz schön tief und die Vorstellung, dass da mal echte Lava rauskam, ist schon ganz cool. Und das Tolle am Mount Eden und vielleicht zu den anderen, kleineren Schlafmilkern ist, dass man von hier einen super tollen Ausblick auf Auckland hat, auf die Skyline mit dem Sky Tower. Und das seht ihr jetzt gleich. Ich muss noch ein paar Meter da hinlaufen, weil wenn ich mich jetzt umdrehe, dann seht ihr nur Wiese. Und wie ihr seht, sind auch einige Menschen hier, weil das echt ein beliebter Aussichtspunkt ist. So, ich drehe mich mal in diese Richtung, damit ihr nicht von der Sonne geblendet werdet. Da ist sie. Ich finde es wunderschön mit dem Meer. Ja, jetzt werde ich geblendet. Ich drehe mich wieder. Da ist es schwierig. Seht ihr das Meer? Ja. Also, ich finde generell, wir haben noch nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, ist wirklich wunderschön. Und ich stehe ja total drauf, wenn es in Großstädten Strände gibt oder Meer gibt. Und das ist hier der Fall. Und mit den vielen grünen Hügeln. Das ist genau mein Ding. Da ist noch so einer. Ja. So, ich melde mich die Tage wieder. Ich bin momentan übrigens meiner Familie. Ich bin über Workaway als U-Pair dort. Ich weiß noch nicht genau, wie lang ich bleibe, aber das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Bis dahin. Alles Liebe. Bis bald.